ja das nervt ich kann gar nicht auf 64 auf ende ein goldenei bei der 15 fast hier ist das voll manchmal noch mal man zu wieder aus ja 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 und das telefon nervt auch das super telefon ach ich hätte berg mal lernen müssen und hier ist das ist genau das was ich noch brauche wenn alles so schön verteilt von dem typen leute die das gemacht haben was wir schon rausgefunden haben ja und auch einige mehr aber du einig erst mal fucking was soll ich denn was hartnäckig ja aber richtig hartnäckig ach hier war noch der ok äh zack kann man nicht hey das nervt jetzt hat es aufgehört ok hier ist auch noch eine kiste hier sind pb drin w genau pb w pb das hier aber pb taucht doch nur auf wenn sich was verbindet ne äh uran ja me translation plane aber das kann auch so auftauchen einfach das kann man ja auch so produzieren alles im inventar rein außer die kiste ehrlich so kommen jetzt die glas zum vorken ja so ja du musst dir das zeug dann wenn du es haben willst hier aus dem system raus holen was denn ja ich renne da jetzt nicht so runter und schmeiß es da rein ja kann man sich mit mindchamp eingeben warte mal ich schau mal ganz kurz was nach gold neue denn du du splash 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 da monofil ok ich kann das hier reintun wenn eine zwischenkiste so lange so wir haben so komik eine erde machen kommen zum geht ja noch weiter hier drin ist auch klingt sondern so viel zeug okay schau mal ob du command block jetzt nutzen kannst dazu mache ich wieder eins oder sieben das mache ich mal soll ich mir dann sammeln was ist das glaube ich muss aber nicht geht nicht kommen blogs an not enable und die server der sammeln block hier stehen was ist jetzt drin da das raus oder ja du kriegst gerade in den einstellungen durch uns zwei zählern suchen und den bearbeiten hatte ich nicht okay in elbe command blocks falls weichern sack die start ich kann energie mit energie jetzt nehme ich mal die jetzt hat er die ernsthaft aufgesammelt ich glaube es nicht du jetzt hast so eine zelle von mir eingesammelt ich kann ja nicht mehr stehen und zellen ansammeln so so wenn ich das jetzt so lauf kleiner flassen jetzt schon quarter full ein bisschen über ein viertel ich weiß wohl cpu auslastung 11900 ist das widerlich so wenig ja das sind schon hier arbeitet er noch der arbeit der arbeit das kann eigentlich schon was wieder weg hast du gerade irgendwas auf dem boden liegen oder so machst du gerade was dann restart ich einfach mal kurz den server ja okay das hat gar nicht mehr was du trinken doch mal so und das bei den bienen ist gar nicht mehr so fehler du kriegst doch nicht mal sachen dafür ist voll betrug und so von die ganzen 15 oder 20 jobs herstellen und wie lange jetzt brauchst du mich dann ja dann muss er gerade die sachen waren oder sollte ein nicht wieder gehen jetzt wir sind direkt hier jetzt ja weil das service dort ist score one jetzt guck ich mal schlecht schlecht schommen bad ja man muss ich nur verprägt das ist okay was wolltest du mit der zelle denn machen welche ich eingeladen mit hatte ich da einfach platziert jetzt hier ach so ja einfach wieder platzieren so nicht mehr ich mir eins oder sieben jetzt ist was für ein system nachher bis später und es funktioniert muss da eigentlich jetzt gehen und da muss ich ein button nutzen oder wird es da ein schaltung gehen normalerweise ja nicht